Oh, what the fuck? Den kenn ich doch, den Überwachungsraum. Oh, oh. Oh, ich will gar nicht da reinschauen. Wisst ihr noch, was beim letzten Mal da drin war? Ach, sieh! Huch! Was treibst du denn hier? Bist du etwa... tot? Ach, schade. Ich hätte ein wenig Unterhaltung gebrauchen können. Aber der Doktor hat mir verboten, mit anderen Menschen zu reden. Zumindest mit... Lebenden. Ich muss dich leider bitten, zu gehen. Okay, wie kommt sie denn da hin und warum macht sie die Haarepuppen? Was kann ich hier da reintun? Ah, die Sticknadel. Dem Erzähler verging langsam die Lust, sich Beweggründe für Lillys Handeln auszudecken. Tatsache war doch, niemand wusste, was sie da tat und warum. Niemand weiß es und niemand wird es jemals erfahren, warum ich das tue, was ich tue. Und, äh, ja. Du sollst die Duftkerze da reintun, liebe Lilly. Dem Erzähler vertappt... Ach, Mann, ich will doch da irgendwas reintun. Was kann ich denn da reintun? Die Sticknadel. Kann ich nicht nochmal mit dir reden? Du solltest nicht hier... Ich darf nicht mit... Zumindest nicht... Ach, da kann ich ja rausgehen. Loll. Aha. Ja. Okay. Ach so, da ist blaue Wolle. Das ist blaue Farbe. Du solltest nicht hier... Ich zumindest nicht... Dann kann sie mir so ein HW da reinpacken. Aber was? Was? Dem Erzähler ta... Tja... Muss ich nochmal irgendwie... Die Tür war fest. Kann ich die nicht irgendwie aufmachen mit der Strecknadel? Ach so. Ja, ja, HW ist gut. Aber Lilly... Ist doch gut. Also bis später. Bis später, HW. Du alte Galotte. Also. Spitze Gegenstände verwenden. Das will ich. Und jetzt friemeln wir da in dem Loch rum. Lilly beschloss, das Schloss mit Hilfe der Strecknadel zu knacken. Und wieder hatte Lilly ihre Unfähigkeit bewiesen. Es war eine Schande. Lilly war einfach nicht geschickt genug. Okay, jetzt steckt aber die Strecknadel drin. Kann ich irgendwie da draufhauen und noch den Staubbübel da hinterher stecken? Das richtige Werkzeug hat... Was ihr fehlte, war wieder... Lilly hatte das Prinzip von... Auch wenn es man... Ja, und vielleicht die Kerze? Ach so. Hallo, Lilly, du Hata. Das richtige Werkzeug, was ihr fehlt. Das ist doch auch nicht, Mann. Die Tür war... Das ist doch alles sehr ärgerlich. Lilly hatte das... Kann ich die... Jetzt habe ich die wieder... Ist die jetzt verbogen? Nein. Ich verstehe das gerade gar nicht so richtig. Also ich verstehe es wieder richtig noch. Noch gar nicht. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe das nicht. Wenn ich mich habe jetzt hypnotisiert, dann komme ich in die andere Welt. Aber das bringt mir auch nichts. Oder... Moment. Vielleicht hätte ich die Strecknadel da reinstecken sollen. Eine Feder wie beim Weinen. Oder? Meint ihr, das klappt, Leute? Meint ihr, das klappt? Ich glaube auch nicht. Da muss ich wahrscheinlich wieder irgendein Verbot aufheben, oder? Oder so. Stecken wir das mal da rein. Oh Gott, ja, Harvey nervt mich nicht. Das langweilt voll ganz schön, dass da immer der Harvey kommt und da seine Mahnungen... Das menn, man könnte auch mal bedenken und vorher gleich das Verbot ausschalten. Klar, aber das wäre ja viel zu einfach. Deswegen lasse ich das natürlich. Also rein mit der Strecknadel in die Gittertür. So, ja, ja. Und wieder es war Lilly. Und jetzt gehen wir da durch. Und schau mal. Aha, jetzt steckt da nämlich die Strecknadel drin. Die Tür war... Ja, aber... Eine Fee wie beim... Jetzt steckt da echt das Ding da drin. Nein! Ach, fatal. Das wollte ich gar nicht machen. So. Steckt es da an dem Loch. Ich weiß gar nicht, wo soll ich denn noch hin? Und jetzt... Kann ich noch irgendwas Dosen öffnen? Das macht doch alles gar keinen Sonn. Das macht doch keinen Sonn. Kann ich hier nicht rausgehen aus dem Hälzungskeller? Darunter kann ich auch nicht mehr gehen. Darf ich vielleicht noch mal mit Herrn Mantel reden? Hallo, Herr Mantel. Ich weiß selber, dass es... Ich liebe die... Ich habe sie... Ich würde... Ähm... Stopp! Ich will es gar nicht... Ach, ich habe einen Stopp, ich will. Was will der was? Hast du weh, Edna? Ach, du erinnerst mich irgendwie an eine Patientin, die wir mal hier hatten. Sie war ein bisschen größer als du. Und ich glaube, mich an zwei rote Hörner und einen Schwanz zu erinnern. Das kann unmöglich Edna gewesen sein. Hm. Tja. Jetzt geben wir ihm mal den Staub... Dings. Bitte schön, Herr Mantel. Was hast du da? Einen Staubwedel? Ähm, nicht, dass ich einen Staubwedel haben wollen würde. Oh nein. Egal, wie hübsch sie aussehen. Was ja nicht heißt, dass man ihn nicht mal kurz halten könnte. Nur für einen kleinen Augenblick. Das wäre ja vollkommen ungefährlich. Meinst du nicht auch? Jetzt gib wir ihn schon her! Da hat er ihn. Und da ist er... Oh, da ist er wieder, Mr. Mantel. Ah, was für eine Erleichterung. Und schau mal. Ich habe sogar mein altes Ersatzlaken wiedergefunden. Hier. Danke. Nimm es ruhig. Du... Du hast es dir verdient. So, jetzt habe ich noch einen Laken zum Einfärben. Das ist natürlich super. Weißes Laken. Okay. Damit kann ich was anfangen. Jetzt sieht der Mantel wieder ordentlich aus. So wie er eigentlich aussehen soll. Ach, jetzt bin ich da oben. Okay. Das heißt, es bringt alles nichts da. Wo bin ich da nur raus aus dem Schacht? Jetzt habe ich ein weißes Tuch. Jetzt gehen wir nochmal da. Wartungsraum. Das geht zum Bach, zum Bienenmann. Das geht zum Überwachungsraum. Tja. Brauche ich nur zwei Sachen, um sie einzufärben? Nein, oder? Ich habe mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht über das Rätsel an sich, wie ich jetzt was färben muss. Sollte ich vielleicht mal machen. Du solltest nicht... Ich darf nicht mit Menschen reden. Zumindest... Ich darf nicht mit Menschen reden. Zumindest nicht mit Lebendigen. Dem Erzähler vertatsam. Tja. Jetzt kann ich natürlich hier in dem Waschraum den Wagen entfärben. Und jetzt muss ich mir aussuchen mit was, oder was? Das war bereits frisch gewaschen. Das war... Achso, das ist frisch gewaschen. Kann ich das irgendwie verdrängen? Ach, er hat's gut hier wieder. Halt, du Adaschad. Der Nerver. So, und jetzt kann ich doch... Das mit der Kerze verdrecken. Vielleicht hatte die oberen Leli... Okay, okay, Pottypeople. Ähm, dann nochmal raus. Und jetzt schauen wir nochmal... Da vorne. Dann geht's hier nämlich weiter. Zur Rollenspielrunde. Tja, da ist aber sonst auch nichts mehr. Da können wir nur mit... Droggelbecher, Petra und Peter reden. Reden wir mal mit Peter. Wie schön! Du bist... Droggelbecher! Schade. Ein weiliger Hungertod wäre eine... Rete sie vor! Unterrichte sie uns von ihrem Vorankommen. Leli wollte nicht noch einen Streit provozieren. Zum Glück hatte sie sich alles gemerkt. Adrian Petro. Ähm, du fragst dich sicher, warum Droggie ein grünes Kissen auf dem Kopf trägt, oder? Ja. Droggelbecher? Einer Trogg. Sie hat recht. Wie läufst du denn nur rum? Du blamierst mich ja vor meinem neuen Untertan. Droggelbecher? Ja, das ist schon ein wenig absonderlich. Warte, bis du die Erklärung gehört hast. Heute wäre eigentlich das blaue Kissen dran. Oh, Droggelbecher. Ich brauch das blaue Kissen. Ich brauch aber auch das blaue Kissen. Droggelbecher. Du... Droggelbecher! Tja, du hast ihn gehört. Bringen Sie uns zunächst die... Es ist ganz leicht. Alles, was man dafür braucht, sind Würfel, St... Und ein Hand zur... Droggelbecher. Setz dein Ding ab. Droggelbecher? Mich deucht, unser Gast ist auf der Suche nach dem Tyrannen namens... Doktor Marcel, berichte ihr die Kunde. Droggelbecher! 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 Vergiss nicht, das mit dem Hubschrauber zu erzählen. Droggelbecher! Und wart nie mehr gesehen. Bravo! Gut erzählt, treuer Freund. Seither stehen diese Lande wieder unter der weisen Herrschaft eines großherzigen Königs. Wir können machen, was wir wollen. Kann ich dann endlich schlafen gehen? Nein! Hm. Hier stehen wir im Mütten Königs... Ja, ich weiß jetzt doch auch nicht. Ich will irgendwie noch an dieses blaue Kissenrand von Droggelbecher. Warte, Moment. Wenn ich das grüne Kissen jetzt blau färbe... Nein, das ist Quatsch. Das geht ja natürlich nicht. Ich muss irgendwie das laken... Hm. Also wenn ich jetzt hier das Kissen... Das muss ich dann da reinschmeißen. Was hast du da? Zeig mal! Ah, sehr gut! Du hast das Print benutzt! Okay. Also das... Dann brauche ich auf jeden Fall noch das gelbe... Ich brauche so eine Habe-Figur oder wie auch immer und vom Bienenmann brauche ich, ne, den Schal. Und das steht fest. Kann ich ihn irgendwie pieksen? Oder mit dem Wachs oder so? Hm, das riecht gut. Aber auch wenn die Illusion fast perfekt ist. Es sind doch nur künstliche Aromen und chemische Ester. Eine fast perfekte Illusion. Aber nichts Reales. Wie alles hier in der Anstalt ist es nur der halbherzige Versuch, uns ein Leben in Freiheit vorzugaukeln. Und jetzt, da uns niemand mehr daran hindert, die Anstalt zu verlassen, bietet es eine willkommene Ausrede, den Schritt nach draußen feige zu verweigern. Du hast recht, Fremde. Ich drücke mich nur vor meiner Verantwortung. Der Verantwortung vor mir selber. Das Angebot, das mir die Welt da draußen unterbreitet hat, auch anzunehmen. Ich danke dir. Ich habe endlich einen Entschluss gefasst. Ich kann hier nicht länger in Untätigkeit herumsitzen. Ich sollte über Blumenfelder schwirren und Honig sammeln. Baba Anstalt. Servus, Freiheit. Der war so cool. Lilly freute sich, dass sie dem Bienenmann geholfen hatte. Schon bald würde er an einem besseren Ort sein. Der arme Bienenmann. Ich fand den so toll, den Bienenmann. Der war so cool. Der war so cool. Vor wegen dem Akzent der. No? Nein, falsch. Nein. Nein. Lilly, geh raus. Da müssen wir nicht hin. Nein, 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 nein. Wir müssen nämlich das einfärben. Und zwar färben wir das hier. Und dann schmeißen wir da das gelbe, den gelben Schal vom Bienenmann. Der gute Bienenmann. Was hast du da? Zeig mal. Ah, du hast das benutzt, das. So. Okay, und jetzt brauchen wir nur noch was Blaues. Und zwar diese Harvey-Wolle oder irgend sowas. Und das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Also bleibt dran. Und schaltet ein. Tschüss. 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 Tschüss.